Musik Poh, mein lieber Mann, ist das kalt hier. So langsam frieren mir hier die Füße ein. Wo bleiben die denn bloß alle zusammen? Ah, Menschenskinder, hätte ich das gewusst, hätte ich mir jetzt eine Jacke mitgenommen. Aber ich wollte ja mal wieder nicht hören. Naja, da muss ich wohl durch. Oh, sehr schön, da seid ihr auch schon. Ja, genau, hier stehe ich. Und zwar werden wir uns heute mit dem Wunderbadberg beschäftigen. Habt ihr mir eigentlich eine Jacke mitgebracht? Oh, ne, sieht wohl nicht so aus. Gut, dann müssen wir es schnell hinter uns bringen. Aber bevor es wieder losgeht, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video. Und dort kann man ganz gut sehen, dass die Mehrheit sagt, ja, Eru Iluata ist ein guter Gott. Und deshalb kann ich nur zustimmen, auch wenn er sich nicht großartig so gezeigt hat und auch nicht allzu viel gemacht hat. Aber er ist ein sehr gnädiger Gott. Das müssen wir nämlich anerkennen. Und stimmt doch bitte, wer da in der Umfrage in diesem Video einfach oben in den Infobalken draufklicken und schon könnt ihr drauf zugreifen. Aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über den Wunderbadberg. Und am besten wir beeilen uns mal so richtig schnell, weil so langsam friert mir doch hier jedes einzelne Körperteil ein. Also beeilen wir uns am besten mal. Um das Jahr 1050 des ersten Zeitalters erblickte Durin I. das Licht der Welt im Wunderbadberg. Und somit ist der Wunderbadberg schon etwas ganz Besonderes für die Zwerge oder zumindest sehr heilig. Doch Durin blieb nicht dort, zumindest nicht für immer, sondern er wanderte weiter in der Wildnis umher und gründete dann später Moria. Doch trotzdem blieb der Wunderbadberg eine wichtige Stadt für die Zwerge und somit war er auch noch Hauptsitz. Doch mit der Zeit wuchs Moria und es baute sich immer mehr aus. Immer mehr Zwerge lebten dort und haben sich immer mehr vermehrt in diesen großen riesigen Hallen. Und der Wunderbad wurde immer uninteressanter und immer weniger Zwerge waren dann dort. Doch ab dem zweiten Zeitalter änderte sich der Frieden, denn da war wirklich Ruckzug Schicht im Schach. Denn die Orks standen direkt vor der Haustür und haben gar nicht erst geklopft, sondern haben gleich die ganze Tür eingetreten und haben die Zwerge überfallen. Die Zwerge waren schockiert, waren nicht darauf vorbereitet und somit wurden sie vertrieben zurück nach Moria. Und der Wunderbadberg gehört halt jetzt den Orks. Die Orks haben dann gleich angefangen Lager aufzubauen und haben auch den Wunderbad von innen komplett verunstaltet und haben den Zwergenboden entweiht. Für die Zwerge war das das totale Chaos, denn dort ist Durin entstanden und nun wird dieser Fleck entweiht. Im Jahr 1300 des dritten Zeitalters wurde Angmar gegründet und die Orks haben gar nicht lang gefackelt und haben sofort dem Hexenkönig von Angmar gedient. Und sie kämpften dann auch noch gegen Arnor und sie waren sogar siegreich, denn Arnor wurde komplett vernichtet und somit war es ein siegreicher Tag für Angmar. Im Jahre 1075 des dritten Zeitalters wurde aber Angmar dann vernichtet. Und zwar hat man diesmal den Spieß rumgetreten, hat Angmar überfallen und Angmar damit nicht gerechnet und wurde komplett den Erdboden gleich gemacht. Die Orks, die überlebten, sind wieder abgehauen zu dem Wunderbadberg und bauten sich dann dort weiter aus. Doch die Zwerge wollten nicht mehr zugucken, wie ihre Heimat einfach so verschandelt wird und deshalb haben sie im Jahr 2793 des dritten Zeitalters angegriffen. Und sie haben versucht, keinen am Leben zu lassen. Sie sind durch die Orks durchmarschiert wie ein Rasenmäher und haben jeden einzelnen umgebracht. Und die Zwerge waren sogar noch siegreich. Doch das Glück war nicht ganz so lange bei den Zwergen, denn die Orks kamen zurückgekrochen und haben die Zwerge wieder überfallen und sie haben auch den Berg wieder zurückerobert. Das Problem war wahrscheinlich, dass die Zwerge wieder nicht darauf vorbereitet waren und es waren wahrscheinlich auch zu wenig Zwerge. Und deshalb waren sie dieser Masse an Orks nicht gewachsen. Es haben halt Soldaten gefehlt. Während der Zeit, als Smaug getötet wurde, hatten die Orks ein riesiges Heer zusammengestellt. Und sie wollten sofort zum Erebor marschieren, um die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Denn der Anführer Bolk, also der Sohn von Arzog, will Rache an den Zwergen. Ein großer Grund war nämlich, dass der große Ork umgebracht worden ist von den Zwergen und deshalb wollen sie mal so richtig schön auf den Putz hauen. Also kam es zur Schlacht der fünf Heere vor den Toren von Erebor und die Orks kämpften, denn sie versucht mit aller Gewalt den Berg für sich zu erobern. Aber leider klappte die ganze Aktion nicht und die Orks mussten eine dicke, fette Niederlage einkassieren und haben sich dann wieder zurückgezogen. Nach dieser Niederlage versteckten sich die Orks wieder im Wunderbadberg und sie versuchten wieder zur alter Stärke zu kommen. Doch leider klappte die ganze Aktion nicht und sie konnten keine starke Armee mehr aufbauen. Und somit waren sie anfällig auf jeden Angriff. Das nutzten dann auch die Zwerge im vierten Zeitalter aus und sie eroberten den Berg zurück. Und nun war der Berg endlich wieder in zwergischer Hand und die Orks wurden davon gejagt. Ein erfolgreicher Sieg für die Zwerge und halt eine dicke Niederlage für die Orks. So, das wäre auch alles gewesen über den Wunderbadberg und so langsam will ich doch nach Hause. Denn es ist einfach arschkalt hier und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass ich hier zusammenfalle. Aber wenn ihr wollt, lasst mich einfach liegen, das ist eigentlich ganz egal. Am besten, ich mache mich jetzt nach Hause. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Unterstützt mich doch bitte bei Facebook, Twitter und Instagram. Da würde ich mich sehr freuen. Und unterstützt doch auch bitte meine Kollegen. Und zwar einmal der Herr der Ringe-Stories. Tolkien erklärt Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.